Liebe Kunden von Ludwig Tours, liebe Freunde, besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Wir von Ludwig Tours haben uns dazu entschlossen, weitere Maßnahmen im Kampf gegen Corona einzuleiten. Neben der üblichen Reinigung in den Fahrzeugen haben wir uns dazu entschlossen, spezielle Reinigungs- und Desinfektionsmittel anzuschaffen, um Haltestangen, Arbeitsplätze und auch andere Bereiche im Bus zu reinigen. Des Weiteren haben wir einen speziellen Hitzereiniger, welcher mit Dampf die Sitze reinigt, um somit Viren und Bakterien abzutöten. Neben den bereits bekannten Maßnahmen wie hinten einsteigen im Bus, Abstand halten, versuchen wir so unseren Fahrgästen und allen, die im ÖPNV auf dem Bus oder auch anderweitig auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen sind, eine sichere und wohlbehaltene Fahrt von der Arbeit und zur Arbeit zu ermöglichen. Außerdem ein großes Dankeschön an alle Busfahrer, die trotz der großen Ansteckungsrisiken durch Corona jeden Tag pflichtbewusst ihren Job ausüben. Auch allen Helfen im Hintergrund ein großes Dankeschön. Ein besonderes Dankeschön an Elanfilm, die uns geholfen haben, diese Botschaft an euch rauszukriegen. Vielen Dank für Ihre Mithilfe und bleiben Sie weiterhin gesund. Bis dahin, Ihr Team von Ludwig Thurs. ATLM 2.1. Ausgabe KBS 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 Vielen Dank.